UNTERTITELUNG Ich brauche keine Ferien, nein. Die kenne ich eigentlich gar nicht. Wir waren eine Woche zu Rodos, in den 34 Jahren, als ich geheiratet war. Und das ist ein Mermäden gelangt. Wie ich auf die Welt gekommen bin, müsste ich die Mutter hier sein. Das wäre so interessant. Und das wäre so interessant.